Endios entwickelt digitale Baukästen für Städte und Kommunen. Mit unseren Baukästen kann man sehr leicht Lösungen für Smart Cities zusammen klicken und somit auf den wichtigsten Kanal Richtung Bürger kommen, nämlich dem Smartphone. Unser neuer Baukasten umfasst neben den energetischen Themen auch viele städtische Themen, um es Städten in Deutschland sehr einfach zu machen, schnell eine eigene App und Lösung zu entwickeln. Die Idee hinter unserer Gründung ist, dass wir in Deutschland 1000 Energieversorger und 12.000 Städte haben. Die müssen nicht alle das Rad neu erfinden, sondern mit einem Baukasten, der sich anpassen kann an die individuellen Eigenschaften vor Ort, lassen sich leicht gute Lösungen oder lassen sich sehr leicht gute Lösungen schnell umsetzen. Für uns ist spannend zu sehen, wie unsere Kernmarkt Energieversorger, nämlich die Stadtwerke in Deutschland typischerweise, mit den Städten verschmelzen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Und das war für uns auch der Antrieb, unseren neuen Baukasten Endios One auf Smart Cities auszurichten, dass man sich holistisch an Bürger orientiert, was der eigentlich möchte und wie der vor Ort ein positives Erlebnis mit seiner Stadt haben kann. Deine Herr Vielen merchant sind immer nur noch nicht. ởanie icion grupos Rose Archa wash quad